Juvie, du wechselst jetzt endlich zu deinem ersten Profifahren. Beim ersten Saisonspiel bist du im Kader und läufst das erste Mal für ein Spiel ins Stadion. Die ganze harte Arbeit hat sich endlich ausgezahlt und du kannst es überhaupt nicht glauben. Janna, komm, mach dich warm! Du denkst, du hast dich verhört und jemand anders soll sich warm machen. Auf geht's! Ach so, ich? Ja, du! Janna, komm! Auf geht's, mach dich warm jetzt! Komm! Okay. Du kannst es gar nicht glauben. Während du dich warm wirst, wirst du immer nervöser. Aber du freust dich auch gleich, endlich als Profi auf dem Platz zu stehen. Du bist so kurz vor deiner Einwechslung. Doch dann... Hä? Warte, hab ich das gerade nur geträumt? Ich bin gar kein Fußballprofi geworden. Oh Mann!